Weiter geht's... So, sie sind gerade wieder in einem Außen-Area und ich bin mir nicht hochgejumpt, was ist das denn so? Hat der Raketenwerfer? Hallo! Oh oh! Endlich! Und wo? Hä? Und da? Alter wie fies war das denn? Der ist ja kaum zu sehen durch das Feuer! Statusbericht! Mut! Äh, hallo? Wie fies war das denn, please? So, wir müssen... oh oh! Ich hol mir mal schnell nochmal das Medi-Kit... Ich werde schon mal die Möglichkeit haben... Oh, da hinten ist ja noch eine Ecke... Oh ne, ist so hoch! Also entweder stehe ich mich wesentlich dämlicher an als im Hauptspiel oder die sind ein bisschen stärker... ... 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 nutzen sollten aber ich hoffe dass sie irgendwo vielleicht was warum liegt da haben wir noch eins auch da ist danke spiel der busfahrer steht oder die baut ja dann bleibe ich draußen okay normaler schutzwestie braucht man doch ich nicht mehr damit man auch gar nicht zurückkommt sie sind fast am krater die stimme treibt sie weiter bald haben sie die gesuchten antworten die frage ist ist dann wirklich schon schluss oder es ist dann erst der anfang ich weiß nicht wie umfangreich das hier ist so so Und ATC scheinen wir jetzt auch gar nicht mehr zu treffen, was wird das denn? Irgendwas war doch irgendwie da schon wieder zu sehen Toll, die auch noch Ist das hier ein Einkaufszenter oder was? Das ist ein Einkaufszenter oder was ist das? Jetzt ist die Frage, war das jetzt eine oder waren das zwei? Ist das hier so eine Art Mall wahrscheinlich, oder? Sollte ich die nicht eigentlich irgendwo jetzt sind? Immer wenn ich dieses griseln höre, denke ich mir, die kommen gleich. Ich bin doch gerade wieder extrem vorsichtig. Warum sehen wir die nicht? Ich bin doch gerade wieder. Na geil. Ich bin doch gerade wieder. Ob ich den so kaputt kriege? Scheiße. Ich muss eigentlich erst mal die anderen Plot machen. Was? Leck mich! Na super. Untertitelung des ZDF, 2020 Nicht gut Oh, noch inner Untertitelung des ZDF, 2020 Gibt es denn mal sowas, ey? Oh, noch inner Abgefuckte Scheiße Wir sind total am Arsch Boah Okay, damit habe ich nur absolut nicht gerechnet, dass es so ein Vieh auch noch aufkreuzt Ich muss mir erstmal nochmal oben umgucken und nicht, dass irgendwo noch was rum lag Was wir hätten mitnehmen können Wie unfair Wie fucking unfair Da ist noch ein Schutzfester Sehr gut Granaten Unsere Ausrüstung an Medikids ist ja trotzdem ziemlich gelitten Da lag ja, glaube ich, hinten nichts mehr, ne? Doch Oh, kein Glück Gut Da würde ich sagen Machen wir erstmal wieder Ein Folgenpäuschen Spitze Bedanke mich Bis dann Und dann